Hey, geht weiter. Wir sind jetzt im... ...Vintuel. Weißt du, hast du mich gefragt, wo die geheimen Levels sind? In der Schwimmwelt. Das stimmt. Und wir haben vier Leben, merke ich gerade. What the... Ja, das ist gut. Und ich hab keine Ahnung, wie das Level funktioniert. So. Ich bin jetzt einfach vorsichtig. Ich hab nämlich keinen Bock mehr. Ja. Das ist ja geil. What the... Das runter. Wie denn? Das runter. Wir müssen nur dran glauben, ey. Das ist wie bei Indiana Jones. Ja, das ist genau, was ich auch gerade sage. Wie Indiana Jones 3, ey. Bei dir ist auch noch was. Was? Oh mein Gott. Oh, geil, ey. Okay, das Level scheint nicht schwer zu sein. Was denkst du? Wer legt's? Den Bananen nach. Immer den Bananen nach. Du musst aufpassen, weißt du, du denkst dann so, ja komm, den geb ich. Oh nein, du alter. Gut gemacht, ey. Vielleicht kommt Mittelpunkt. Was? Scheiß auf Bonus hier, ey. Oder hinten, da... Was war denn da? Nee, komm ich gar nicht mehr hin zurück. Was machst du? Ja, der ist abgerutscht und dann flog ich da, ey. Dann war ich in so'n Schwebezustand. Hä? Ja. Ich check das hier. Ach so. Nee, das lass ich. Oh, nee, ne? Das ist ja wieder geil mit Delay. Puh. Du weißt, wie sie fliegt, ey, das ist ja... Das hab ich gesagt noch gar nicht gesehen, aber egal. Ich bin jetzt zu konzentrieren. Hä? Ja, einfach runterfallen lassen. Hä? Ne. Einfach runterfallen lassen. Boah. Wieso war denn kein Dings? Weißt du, wie schwer das hier der Anfang ist? Ja, ich glaub dir das. Siehste? Boah. Skill, ey. Äh, ja, war geplant, ne? Weiß Bescheid. So. Alter, ey. Juhu. Juhu. Haha, jetzt seh ich das erst. Voll dumm, ey. Juhu. Ja, das ist schon mal gut, dass wir hier Bananen minzen. Kriegen. Fick dich, Alter, du Bastard. Ach so, ja. Was bringen uns Bananen minzen, ey? Ich glaub, das Level noch. Dann kriegst du nur Funky oder mindestens die Alte da. Da musst du dich nicht so fallen lassen. Das ist alles noch kein Ding, ey. Das ist alles noch kein Ding. Geht so. Eigentlich hab ich mich doof angestellt. Gib's dir zu. Geht weg. Ja. Kannst du an ihn ran? Ich war, ich gehe lieber ganz nach links. So weit kann er eh nicht werfen. Ja, was denkst du? Denkst du? Ja, die Macht ist stark in ihm. Was mir auch gefällt, hier in dem Spiel. Gibt's gar nicht solche Fässer, die dich irgendwie ans Ende des Levels bringen, wie bei Donkey Kong Country. Ja, das ist tragisch. Das gibt's hier überhaupt nicht mehr. Ich erinnere mich noch an Gletscherspaß zum Beispiel. Oh, ja. Ach du Scheiße. Der wird wie er alles erlebt haben mit Donkey Kong, ey. Das kann man gar nicht in Worte fassen. Stimmt. Der wird wie er angekündet. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ich bin reich am Bananasminzen. Ja. Schon mal gut. Für das nächste Speichern müssen wir nehmen. Was ist das Swanky? Ich bin vorkassend. Das kann man vergessen, ey. Hallo. Wir müssen. Es sind ja nicht viele Momente, wo ich Glücksspiele gut heiße, aber in dem Moment ist es leider keine andere Wahl. Also bei Schwenki, um Geld zu zocken. Ja, und ist bestimmt irgendwas. Eigentlich ist das Level nicht schwer, ich bestell mich einfach nur wieder. Ja, wir bestellen es wieder. Er kann doch so weit. Oh, ist ja gut, ey. Ich habe gesagt, geh nah an ihn ran. Geh ernst nah. Deswegen bin ich nicht bei dem Stachelschwein gestorben. Hallo, das sind du bedrohte Tierarten. Ja, und? Fuck auf, ey. Alter. Da ist irgendwas, ey. Ja. Du bist Banane. Ja, nein. Kommt dir nach, kommt dir nach. Er muss ja immer bleiben, wo er ist, ey. Das ist unfair. Das ist die, doch. Ach, scheiß auf das Zeug. Ja, echt. Oh mein Gott. Wieviel Leben haben wir noch? Keine Ahnung, kann ich nicht nachgucken. Fünf. Ich würde sagen, du musst dich oben kaputt. Du lässt dich doppelt? Ey! Was ist da denn? Was ist denn das? Ich wusste ja nicht, dass da Wind ist. Ja okay, es heißt Windhöhle, aber... Wir kriegen hier mein Leben! Was soll das denn? Das ist jetzt der wahre Luxus hier. Ey, das ist vorbei, man. Das Level haben wir. Ja, das Level haben wir. Das Level haben wir. Auf jeden Fall, hier werden wir nicht verfecken. Nö, also... Nö, werden wir auch nicht. Das ist jetzt ernst. Nö. Nö, werden wir auch nicht. Und du bist gut. Ja, wie Kale Hulu eigentlich. Ey! Wir sind ja alle gleich. Nö. Nö. Ich bin hier an deutlicher von Country Returns dumm. Ist doch keine Kram. Ja... Das finde ich auch blöd. Also die hören echt eher wie die Buddha Bro, ey. Irgendwie schon, ne? Das ist der Hauptgegner, man. Ja, ich weiß auch nicht, was die... Komst du euch in Voodoo-Kippchen? Nein, ich weiß, ich weiß, Deck. Das muss man anders machen. Aber egal, also wir haben unendlich Leben. Aber das muss man mit Schwung machen. Ja. Man kann da nicht nachfangen und dann... Es ist sowieso egal, was passiert. Einfach sowieso gewinnen. Das war sehr gewagt, aber... Ja, aber es war... Immer bei der gleichen Stelle. Ich bin eigentlich nur dumm. Leben! Geil, ey! Ich wusste, was eine Kackstelle war. Deswegen haben sie hier Ideen gemacht. Ja. Okay, ich muss das nur richtig abschätzen. Schon wenn das dann gerade so... Ja, fast. Ja, fast. Ich habe noch eine Sekunde gewartet. Nicht einfach. Nee, aber... Ich bin immer optimistisch, dass wir das Level heute auch noch schaffen. Und dann haben wir... Haben wir erstmal drei Leben in der Aufnahmesession. Drei Level eigentlich mal geschafft. Ja. Ja, aber wir müssen auf jeden Fall speichern. Ja, das schaffen wir sowieso. Ja, fliegen. Ja, der Meister ist auch mal dran vorbei. Jetzt komme ich. Ich glaube, man kann auch einfach dran vorbei rennen, wenn du das Leben nicht nimmst. Das kann natürlich sein. Man kann nämlich dann einfach dran vorbei rennen. Deswegen haben die dir das Leben gegeben. Also dann musst du dich halt entscheiden. Willst du wirklich... Ja, aber das Leben ist besser. Ja, das ist jetzt auch nicht hier die schwierige Stelle, wenn du... So wie ich bist. Oh, der Didi, der fliegt auch... Fuck, ja, siehste. Alles dumm. An den Haken. An den Haken. Ich weiß nicht, ob die gleich nochmal abstürzt. Die sind doch voll die Bastarde, ey. Voll die Bastarde. Alter, wie lange der Sand gestürzt hat. Also hier, was? Du bist in meinem Gebiet, stirb. Ich weiß nicht, ob sich gleich noch abstürzt. Au! Ach, komm, erstmal in die Luft. Yay! Das ist kein Ding hier. Ja, das Leben nehmen wir natürlich auch mit. Hm? Sonst könntest du einfach so sagen, so, geh einfach drunter her. Nein! Gut! Ach, ey. Es geht wieder bergab. Es geht wieder nach unten. Leck? Ja, mal leck. Ich bin da, klar. Was ist das, ey? Da unten ist was. Die Decay-Münze, aber ich will einfach nur noch einen Speicherpunkt. Nix. Nix. Superball. Nix. Jasmo. Das war so klar. Nicht so unbeduldig. Fuck! Oh! 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 Springen wir dir seine Scheiß-Bienen sonst wohin. Du warst gerade so unbeduldig. Jaaaa. Wie meinst du denn? Nix, ey. Äh. Ja, einfach, wenn die in deiner Richtung sind, nach unten, dann. Ja, richtig. Jetzt hab ich Skype-Sound, ey. Ich hab oft beschäftigt, gestern hab mit Skype-Sound. Egal. Ist krass. Aber ich hab auch jetzt zwei Nachsicht im Sound, also zwei Flöschungen, kurz nichts. Pass auf da, los. Ja, jetzt ist halt Skype-Sound im Spiel, aber ist mir auch egal. Wer der Anruf, den hau ich zusammen. Ich schaffe es. Das schafft man nicht. Aber jetzt, komm. Ach gut. Äh, äh, äh. Jetzt kommt doch eh jetzt was gleich. Ja. Das ist easy. Ey, Skype-Sound, hör auf, Mann. Wofür gibst du beschäftigt, wenn ich sowieso nichts bringe. Das Beste ist, dass ich jetzt keinen Sound habe im Spiel. Klar. Erstmal hab ich irre. Dieser bewegste Scheiß da. Ist jetzt Schluss, Mann. Ey, wie lange geht das? Feierabend. So. Feierabend. Es klingelt immer noch. Ich bin immer lauter. Hey, jetzt geh ran, Mann. Ja, dann geh ran. Das läuft immer noch. Ah, Mann. Puss auf, ey. Es ist nicht wahr. Das geht ja ab drei Minuten, das Klingeln. Also hab ich mir noch nie so wahrgenommen. Es tutet immer noch. Es tutet immer noch. Es tutet immer noch. Es ist jemals gesagt, dass es so lang geht? Nein. Es hört nicht auf. Es hört nicht auf. Es ist vorbei. Deine Stimme ist vorbei. A. Ein großer ganzer gewinne Wiener leben. Naja, ja stimmt. 100 Teile noch und dann haben 100 Leben. Ja, irgendwann, ne? N. Ja. Nice. Das sah cool. Du bist ruhig, ne? Howdy. Howdy. Yeah. So, da ja. Wie macht man das denn da überhaupt? Muss man da ganz schnell zur Seite, oder was? Wenn du nach oben füllst, dann kannst du so schneller nach oben fliegen. Das wollte ich jetzt nur mal so sagen. Da weiß ich nicht mehr davon. Jo, kann man echt geil. Wiss ich nicht. So süß ein bisschen. So soll das für diese Stelle, ja. Das ist so. Ja. So, jetzt kommt diese Stelle. Aber ich glaube, danach kommt auch was Ziel, weißt du? Ja, erst mal das G. Ne, das kriegt man am Ziel. Ach so. Ne, vielleicht, war jetzt so ne Vermutung. Aber das ist schon ne miese Stelle, finde ich hier. Klingt so nach Ende, oder? Boah. Die haben mir keine Verschnausspause. Ich war einfach nur noch gechockt. Schnell, 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 weil du grad unbesiegbar bist. Ne, weh, lass dich nicht von dem Vieh umbringen. Oh mein Gott. Nah dranbleiben. Und jetzt schneller hoch. Fickt euch doch einfach. Ist klar, Papagei. Ja, ihr war ein Papagei. Bestimmt, in irgendeinem Ver-Fick-Bonus-Dinge. Ja. Du führst die da. Damit wir da fliegen. Ganz weit oben, damit du, äh, das Ziel kriegst. Siehste, da war das G. Und da ist noch ein Bonus-Fass. Scheiß drauf, ey. Irgendwann. Irgendwann. Erstmal einmal Ende bringen, dann haben wir sowieso 30 Jahre Pause. Ja. Ah, Speicher! Komm, Schuhe. Ja, Mann, ey. Wir sind wieder im Geschäft, würde ich mal sagen. Vielen Dank, ey. Boah. Oh. Nochmal Speichern, Dreck? Ja, klar. Ein bisschen Münzen noch lassen, hier. Quetschschloss. Jetzt wird spaßig. Ja, meinst du? Das war, glaube ich, auf Zeit. Das kenne ich nicht mehr. Aber das Geile ist, bei solchen Leveln, die gehen immer schnell vorbei. Ah, die Frisse rette. Das wird gequetscht los. Oh mein Gott, das wird immer schlimmer hier. Ich will ein bisschen Geil-mäßig hier. Ah, jetzt arbeiten. Ah, jetzt krieg ich die hier auch noch. Ah, jetzt krieg ich die hier auch noch. Er ist tot. Wow, wie substan das Level ist. Ja. Oh mein Gott. Becker weg, ey, du Arnie. Tot. Jetzt.. Ich wollte... Die hol' ich hier. Dies wird, dass nicht Angst heißen. Ich hätte ein Mal eben da ja hier reingelaufen. Hab wohl ich mich bestimmt nicht in Scheiben. Ja, das ist jetzt wieder so ne lustige Angelegenheit hier. Ja, einfach ab. Höh? Hier? Ja, ist klar. Ja, das macht Sinn. Fuck. Boah, nicht in die Fass. Ja, das ist ja, da musst du aufpassen, dass du da nicht auf einmal... Hä? Ah, da brauchst du ein Fass und dann kommst du da durch. Oh ja, Zambi. Zampi. Zampi, genau, Mann! Da ist er, siehst du? Ja, 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 wie immer. Haben wir natürlich nicht, haben wir nicht. Haben wir nicht. Puh, das war knapp. Ja, ich war grad abbesend. Oh! Was war das denn, ey? Der kam drei Meter in den Hand gelaufen. Ja, ich war grad abbesend. Hallo? Das ist jetzt wieder von Anfang an? Ja, klar. Gibt's kein Mittelfass? Nee. Boah. Das ist so schlecht. Ende ist Ende. Guck mal rechts. Irgendwo Schampi. Ich weiß auch nicht, wo der sein kann. Ja, in irgendeiner Spalte. Vielleicht da nicht. Ja, hier ist der. Da. Ja, da, wirklich. Jetzt wird's bisschen leichter. Kann ich eigentlich alles abwehren, oder? Bis auf so'n Haken. Haken auch nicht? Ich glaub nicht. Genau. Bleh. Rampi-Time! Was sind denn da ganz hinten da? Oh, ne Münze. Cool. Das ist nicht so spannend. Sorry. Ich. Ich muss sie haben. Nein. Äh, versuch's nicht zu... Äh, was ich meine. Ich wollt's doch versuchen. Doch. Aber so schwer ist es nicht. Nee. Vielleicht kriegen wir einen Lehnen, wenn wir Rampi immer haben, und dann... gut. Fynn. Kann ich jetzt mal mehr? Guck, ihr müsst's einfach auf M.S. da. Genau, so muss man das machen. Geil ey ey, hä? Nimm. Nimm. Jetzt soll ich mehr was wirklich. Ehh. Okay. Sampi ist im Gebäude. Dann wird er sofort runtergefallen. Ja, wegen seinem Gesicht. Das ist nie. Wie kann man den da noch mal so? Okay. Und wie kann man jetzt nochmal so? Fügtig! Dieb, dieb, dieb! Ich hole mir Boss! Fügtig! Wieso hören die eigentlich auf die Kremlins? Ja, echt, ey, weißt du so, die Tiere, so Ratten und Stachelschweine. Was ist denn das? Was ist denn das? Was ist denn das? Die natürlichen Feinde der Affenbären, aber sind sie ja gar nicht. Ja, so ein Stachelschwein, ja, eine Ratte. Also Krokodil kann ich mir das schon vorstellen. Weißt du, dass die halt... Ja, ja, sicher. Was war das denn? Ja, du bist zu... Zu komisch. Zu sehr in die Biene halt. Ah. Jetzt! Ja, das war... Was war das denn? Komisch. Komisch. Komm, le... Banane. Banane. Banane ist ja... SPRING! Ich würde auch sagen, nach dem Schloss, also Quetschschloss, machen wir erstmal der Schluss. Ja, hab ich auch sagen, ja. Haben wir erstmal... Ja, haben wir so vier Level. Ja, sind wir jetzt fertig? Ja, genau. Dann machen wir die Tage nochmal, die letzte, und dann... Ja. Haben wir das Spiel schon mal, bis auf die Lost Levels hinweg schon mal durch. Genau. Oder wie die Level heißen, weiß ich nicht, wie die Lost Levels heißen, aber... Vergessene Welt, keine Ahnung. Ja. Lost World. Die machen wir dann... Erstmal müssen wir das ja sowieso alles nachholen, und dann... Ja. Kann man auch Einzelplayer mal, wenn einer Bock hat, was machen, aber das machen wir sowieso nicht, deswegen... Ja. Dauert das dann erstmal. Aber erstmal den Obermacher nachher töten irgendwie, die Tage. K. Rool. Ich hole ihn mir! Ja, K. Rool wird nicht leicht in dem Teil. Ja, da muss man auch werfen müssen. Ja, richtig. Und der hat verschiedene Schüsse und so Müll. Also der wird kein lecker... äh... lecker... Ja, und dann kommt noch die Latency dazu, ey. Das wird richtig schön. Der wird richtig übel. Da wird schon Angst vor. Wir kamen ja schon bei dem Haunted House auf unsere... auf unsere... auf unsere Grenzen. Ja. Bleib mal vorbei, Haunted House. BAM! Wir haben Hunger auf Affen! BAM! Jetzt auf'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'. Oh! 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 Ey, das wär' fast schief. Goyl! 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 Mörstile! Nein! Warum? Ich weiß es nie! Goyl! 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 Ja! Das wär' links! Da muss auch noch was sein! Das ist ne Verarsche! Ich will nicht! Der hat mich genutzt, ey! Ja, der hat den... Und jetzt? Da muss warten, bis der ist da... Warten oder was, ey! Ich glaub' immer noch, dass da unten was ist. Das grüß mich nicht. Oh! Mit Hilfe! Wissen was weiß ich doch, gibt's! Mann! Oh yeah, Baby! Oh Mama! Oh Mama! Dann. Zieh. Zwei Krongsalmersäure. Da hinten ist auch irgendetwas. Ah ja. Das Level ist voller Geheimnisse. Das die sterben, ich versteh's immer noch nicht warum. Der Stachel bricht ab, oder was? Und dann ist er tot. Ja. Stachel, Faust und schon. Ist klar, ey. Ich hab'n Geist. Kommen wir alle, oder was, ey? Vielleicht kommt noch Engar, ey. Dann kriegt man ein Fass halt, wenn man den Papagei da abgibt. Ich weiß, irgendwas war da hinten, aber... Ah, ja. On guard. Ja, on guard. Komm gleich, als nächstes. Ja, tot. Also, wir sind einfach tot dann. Nee, da kommt der Schatz raus. Nee, der Frosch! Der Frosch. Den brauchen wir hier, Alter. Slimpy, oder wie er heißt. Winky. Winky, ja. Winkys Schwampel-Fad, ey. Oh, die haben wir ja ganz vergessen. Wieso sind die immer noch hinter uns her? Wir haben den Boss schon gekillt. Zweimal sogar. Der Großmeister ist tot, ey. Echt? Was weiß? Na gut, dann schon mal ein Fass. Das ist nämlich voll das Muppets-Level, also... Hättest du in der ersten Welt machen können, ey. Das hat nicht das Ding gewählt. Hättest du mir das Fass? Nein. Oh fuck! Jetzt bin ich tot. Oh, das sitzt. Jetzt bist du auch tot. Dann hätten wir das Fass nehmen müssen. Nee. Dann hätten wir einfach... ... ihn in Ruhe lassen sollen. So ganz ruhig, Junge. Guck, cool. Können immer noch Freunde sein. Da, links! Kann man einfach durch. Ah, gut. Fürs nächste Mal. Wer hat die eigentlich da eingemauert? Kein Ruhig. So Leute, euer Neues zu Hause. Wartet hier, bis die Koggenaffen kommen. Dann macht sie fertig. 10 Jahre später. Ah, fuck ey. Oh, das ist nicht gut. Ich muss nur noch über die eingemauerten Leute nachdenken. Da ist echt nichts. Da ist nichts. Ey, das ist voll die Fahrt. Wir haben ja abgespeichert, oder? Ja. Haben wir abgespeichert nach dem Ding? Ja, sicher. Wir haben abgespeichert. Ja, sicher. Nur ist Schadung, die leben. Ja, sicher, aber... Kann man nichts machen, ne? Ja. Tot. Tot. Und tot. Und tot. So. Da konnte ich ja wieder hinten durchgehen. Ja, ja. Hab ich auch nicht mehr dran gedacht. Nicht doch. Scheiße. Scheiße, ey. Was war das? Ich kann nicht mehr. Für die nächste Woche erst mal meinen Affenbedarf wieder gedickt, ey. Echt? So. Was kam denn jetzt? Jetzt kommen zwei von denen. Jetzt kommen doch, glaub ich, abwechselnd immer von der einen Seite die Stachelschweine, von der anderen Seite die anderen. Und dann... Da musst du halt dann... Da musst du halt dann... Ja, genau. Eigentlich machbar. Eigentlich schon. Ja. Jetzt kamen die Bienen, ne? Jetzt kommen die Bienen. Ne. Die... Die... Geier. Was war das? Ich bin müde. Ich bin müde des Spielens geworden. Ich bin müde des Spielens geworden. Oh, jetzt geht's ab, ey. Na, wo guckt ihr denn hin? Oh, was ist? Oh, ey, wie du... Was ist denn jetzt? Hallo? Ähm, ja, wir haben einen Tisch. Schwierigkeit... Äh... Ja... Ich glaube, wir machen jetzt Schluss und dann geht's ja beim nächsten Mal weiter bei... Äh, Donkey Kong... Ohne Haze gerade, der sagt nichts. Also, das kann ich sagen, weil unser Dings abgekackt ist. Unser Gespräch, also... Bis zum nächsten Mal. Der Affenspaß geht weiter. Donkey Kong Country 2 Quetschschloss, wo letztes Mal Haze abgekackt ist, also ein Internet. Ja, mein Internet. Aber jetzt hier gehen wir mit vollem Mutes und voller Freude wieder hier ran. In das gute Quetschschloss. Und hoffen mal, dass was wird. Ich hab große Ziele gesetzt, dass wir in dieser... Äh... Aufnahmesession? Ja, genau, Aufnahmesession. Geht da durch, ich wollte Rampi. Rampi. Ja genau, dass wir in der Aufnahmesession, dass wir mindestens bis nach Karul kommen. Ohhhh... Das ist ein sehr hohes Ziel. Und ich glaube auch nicht, dass wir das einhalten werden, aber... Doch, schaffen wir. Wir geben unser Bestes. Schaffen wir locker. Wir können ja nix dafür, dass wir so schlecht sind in dem Spiel. Sind wir nicht. Geht, oder? Geht. Das sind alles nur hier Dings. Wie heißt das? Delay. Boah. Boah, ich konnte mich nicht entscheiden, Mann. Banan oder Buchstabe. Ja. So. Du auch. Aufgespießt. Richtig, das ist ja eigentlich kein Ding. Das ist ja kein Ding. Oh, Banan. Bananas. Oh, da hatte ich nen Lack. Oh, ich auch. Ah, komm mal durch hier. Boah, Banan. Wir wollten das ja irgendwann mal hier abschließen, das Spiel. Das geht ja auch schon ein bisschen länger. Ja. Das kannst du laut sagen. Und dann geht's ja gleich weiter. Mit drei. Ja, wir setzen uns ja nicht zur Ruhe. Ne. Das ist ja so leicht, das muss ja nix machen, das muss ja nur spielen. Oh, ey, jetzt kommt das wieder. Schnell, schnell, schnell. Sauber. Yes. Und wir haben sogar auf Deutsch stehen, ey. Das ist ja... Kacke, ey. Stoß. Das ist ein gutes Zeichen. Das ist ein gutes Zeichen. Oh, das war hart. Das wird auch noch ein Spaß, ey. Da werden wir lange dann fest sitzen. Oh, ja. Ey, wo ist das Mittelfass? Kommt gleich. Das wusste ich noch. Was war das? Äh, weiß ich nicht. Da war kurz, äh... Ein Leck. Richtig. Oh, jetzt müssen wir alles nochmal machen? Ja, klar. Aber es gibt ja genug Bananen. Aber ich hab auch keine Decay-Fass-Dings gesehen. Ja, stimmt. Aber ich weiß auch nicht, wie ich an dem einen vorbeikomme, ohne einen zu opfern. Das ist fast behalten. Ah. Da war doch was. Da war was, ey. Du f***st du. Jetzt, ey. Geh, Dom. Ah. Ich bin sehr zuversichtlich heute. Also, ich hab ein gutes Gefühl. Ja. Auf das. Aber wir sind auch gut drauf, deswegen. Richtig. Oh, nur eine. Ja, das weiß ich. Du kannst dir eine auch noch schnappen. Ja, ja. Oh, ein Leben wieder. Kein Ding hier. Ach, wir haben ja eh gespeichert. Was? Was? Ich hab den geboxt, aber sowas von. Eigentlich schon. Die will ich. Ja, die ist auch schnapp. Vorsicht! Das ist weg. Angegriffen. Oh. Was war das denn? Wenn ich überlege, dass wir die mindestens 80% der Level alle nochmal machen müssen. Ja, echt. Was machst du dann? Ich alleine wieder, genau. Ja, klar. Hä? Ach, da. Bald das. Ich dachte schon, ja, ja. Oh, Leck. Oh, Leck! Nein! Ja, da kann ich nichts machen. Egal. Ja. Schauen wir auch so. Haben wir ja vorher auch mal gemacht. Kein Ding. Klar. Jetzt versucht er da noch ranzukommen, aber ich schaff das leider nicht. Oh! Der hätte überrascht. Ja, ich dachte, da wäre keiner. Oh! Ach stimmt, da war ja da was. Das hat schon mal gewagt. Da war ja was. Oh! Oh! Schnapp! Oh, oh! 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 Bauch. Ja, es ist... Es hat irgendwie... Wir müssen schnell Erfolge erzielen, sonst ist es vorbei. Ja. Sonst... schwankt das wieder ins Negative. 30 Minuten, das Level geht dann wieder... Nee, nee. Ich mach hier an der gleichen Stelle... Ja, ich weiß. Kann man kurz Pause machen? Ja. Warte mal. Ich komm gleich hier. Ich seh grad, dass sich hier was erlegen, ne? Ich meine Pause. Ich unterhalte dich so lange. Ich hab keinen Bock zur Pause-Taste. Ja, ja, Leute. Quetschschloss. Es ist... Es ist... Ich weiß gar nicht, wie viele Level danach noch kommen, aber ich glaub mal... Ich weiß, dass es noch ein Dorn-Level gibt. Also das glaub ich zumindest. Und... Ja, es wird kein... Kein Kinderspiel mehr. Also da wird nur einiges auf uns zukommen. Aber irgendwann haben wir das geschafft und dann müssen wir einfach alle Level nochmal machen. Und dann heißt es, äh... Die Verlorene Welt. Dada. Schön, schön. Ja. Weiter geht's. Ja, ich nehme eben hier einen Bonbon. Einen Hustenbonbon. Wer lenkt denn überhaupt? Du. Okay. Dann kann ich ja weitermachen. So. Hä? Die Wiener sterben alle. Ja, aber wo? Überall. Überall. Ich weiß, hier oben ist was. Nein! Ja, mach nie was! Diesmal nicht. Juli, mir Boss! Äh... Der Wille zählt. Ja, der hat ja die Insel halt verloren, ne? Die Decay-Insel. Ah, so. Stimmt. Ja, das ist ein gutes Argument. Ja. Jetzt versucht der hier halt, in Piraten-Manie, äh... wie das auf sich zu erobern. Ganz schätzen und plündern. Richtig. Aber es war ja nur nicht mal seine Insel, es war ja die Decay-Insel. Naja, der hat er übernommen, Mann. Die Insel gehört ihn ja auch hier. Ja, die Insel gehört ihm auf jeden Fall. Haben wir sowieso geschafft. Ja, stimmt auch wieder. So, meine Freunde. Eigentlich sind das voll die Drecksäcke hier, die... die Kongs, weißt du? Er hat ja seine Insel und jetzt gehen die aber da hin und machen da Stumm. Ja, gut. Sie mussten ja auch nicht, äh... Hohoho! Sie mussten ja auch nicht die Decay entführen, also. Ja, stimmt auch. In dem Sinne. Der Spacko, wie hat er sich denn entführen lassen? Echt? Er ist doch der King. Aber da kommt gleich Mittelfass, ne? Ja. Uh- tamam! Ich drehe ihn noch mal um. Hohohohoho! Geil! 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 Da hab ich es gleich! Also was! Oh! Da waren nur Squawks, Squawks. Da hast du ja jetzt mal gesehen. Der Brink nur Ärger. Ach, das passt schon. Ja, das war ungünstig, sag ich mal. Du warst aber noch von Squawk so paralysiert Ja Ja genau Ganz genau Fickt euch Stimmt, du kannst einfach hochfliegen Was machst du so heilig? Joachim 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 Aber gut Ude Ude Ude, wegs Ist der Wusi wieder, Ude Flieg weg einfach Ja ja Aber wo bist du denn zuerst gestorben? Da irgendwo gleich, da, bei der Sauber Ey, du bist einfach gut Und die hat mich auch überrascht Geil Geil In die Münze Wo ist sie nur? Da wo die Bananen sind Ja, immerhin Bananen nach Oh oh Schon falsch Das ist ne alte Bauernregel Sooo, links Rechts, Mitte Rechts Superball Mhm Wo, links Wir müssen langsam auch mal ein Rad machen, Mann Ich dachte, da wäre schon Schluss gewesen Ja klar, was ist das denn für ne Spekulation Ja, jetzt ist die Scheiße wieder hier auf einmal Achtung Ja echt, das würde spielend machen sein Obwohl ich glaube, sonst wäre ich auch nicht hochgekommen Ja, sonst hätte ich so warten müssen Ja, ich bin da stecken geblieben Ja, ich bin da stecken geblieben Ja, ich bin da stecken geblieben Du willst mich einfach in dem Chaos hochliegen, ey Mann Ach, haben wir wieder Ja, mit Quarks geht das ja Ja Da, jetzt geht einfach rein und dann Kein Ding Easy Easy going Lieg um mein Leben Boah, geil Alles unter Kontrolle hier Immer wieder rein, vielleicht haben wir die Münze, dann brauchen wir nicht, was wir mehr holen Danach Richtig Ich bin ja für jedes abgeschlossene Level dankbar Ich auch Aber sowas von Ich weiß auch, dass ich in jedem Level mit Safe States arbeiten muss, wenn ich da schon alleine alles holen muss Ja, ja, das sowieso Jetzt noch die Reihenfolge Ja, jetzt nach da Jetzt eine andere Seite Jetzt wieder zurück Jetzt nach da, ey Ey, warum hast du nicht einfach verdammt mal deinen scheiß Haare schwungen da Haare? Haare Oh mein Gott Pass auf Ja, du bist nicht einmal mit deinen Haaren da rumgeschwungen Schuhe jetzt So macht man das Ja sicher Shit Geil Gut Noch einmal Ja Ja Wo wusstest du das? Ja, dann kommt eine neue Passage, wollte ich sagen Oh nein, ey, war die los, ey Das ist zwei Gegner und dann kommt sowas, was Neues Da hast du irgendwo Decay-Fass? Ich hör nix Du hörst nix? Da ist es! Zu nah und doch zu fern Wir sind doch krepiert, oder? Was machst du? Was soll ich denn machen? Ha 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 Di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di Haah Schade Ja Hau jetzt Ja Endlich wie auf Englisch Endlich Scheiße und auch mal der so können wir die bei Swanky zocken aber wir haben sowieso die bisschen bei Swanky ey wir haben immer Münzenmangel Swanky du bist Master Swanky warte gibt's den bei 64 auch noch Swanky? dessen sollte ich auch sagen eigentlich da hat Swanky auch keinen Flugverleih mehr, so ein Waffenhändler so ein Illegaler hab gemerkt ey, das Fliegen bringt kein Geld mehr ein, weißt du? ja hallo? ja meine Aufnahme spackt wieder rum weil das Internet verschwunden ist von mir hahaha